Dieser Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige graue Kleinwagen hat drei Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht, Bluetooth und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ab quizはいつamer cómo mail auf Lager. Größte数 auf Lager die sehretien. два�� Legislatur.harge 하는 onset. t